Ja hallo Leute, heute ist wieder ein Päckchen angekommen mit Marvel Figuren von meinem Lifetime Abo, da seht ihr die ganzen Figuren, die zwei letzten habe ich noch nicht untergebracht und jetzt packe ich hier einfach mal aus, denn ich bin mega gespannt welche Figuren das heute sein werden, die mir dazu gestellt wurden. Und wir haben diese hier und diese hier. Und zwar haben wir Old Man Logan. Und Iron Fist. Ja Leute, das war's. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.